Der italienische Klassikstar Lucia Aliberti hat heute Halle besucht und Werbung für das Musikfestival Handels Open gemacht. Im Händelhaus probierte sie alte Musikinstrumente aus, einige hätte sie am liebsten mit nach Hause genommen. Lucia Aliberti wird am 26. Mai auf dem Halleschen Hallmarkt auftreten. Präsentiert wird das Musikfestival Handels Open von MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt und dem Fernsehmagazin Sachsen-Anhalt heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017